Mein Name ist Tief Meissner, ich arbeite für die Firma Auergen Heilbauer GmbH in Leipzig. Wir sind seit 20 Jahren am Markt und haben uns auf die Fahne geschrieben, den Verkauf, den Service, die Reparatur, Vermietung sowie Einweisung und Schulung von Heilvermessungsinstrumenten, dem Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Das Highlight zur Zeit gerade ist ein Android-Controller, der die Möglichkeit hat, verschiedene Instrumente anzusteuern, sprich ein Terrameter, eine GPS-Antenne, eben in Kombination und durch sein CAD-Modul, was er intern hat, hat man die Möglichkeit, sehr bedienerfreundlich Vermessungsdaten aufzunehmen, zu visualisieren und weiterzuverarbeiten. Unsere Kundenklientel halb beläuft sich auf ganz normale Vermessungstechniker, aber auch Architekten, Galabauer, da wir auch in unserem Repertoire Rotationsleser haben, Nivelliergeräte, Entfernungsmesser und sogar einen ziemlich gut aufgestellten Mietpark, wo sich eben halt dann verschiedene Baufirmen, Vermessungsbüros halb bedienen können. Wenn in Spitzenzeiten einfach mal ein Instrument fehlt, können sie sich das halt bei uns anmieten und bekommen natürlich zu jedem Instrument, das ausgeliehen wird oder verkauft wird, eine Einweisung. Sprich, ich fahre dann halt vor Ort und begleite dann die Leute, während sie sozusagen halt die Einweisungen noch von mir bekommen.